so hier der zweite steuer und die hütte ist schon entfernt so mit den brennesseln die sind ganz schön hoch hier so habe ich den auch noch nie gesehen das ist so viel cooler bevor wir hier so eine hütte da seht ihr ja noch die fundamente in der holzhütte alles total zerfallen von irgendeinem klub und so schaut das original aus ja der bauschaum diese tür kann ich mich nicht erinnern sehr cool ja der ist sehr klein das ist komplett sauber gemacht worden das war ja komplett vermüllt auch die habe ich ja da hingehängt genau cool es war schon ein paar jahre her dass ich die da hingehängt habe ja das ist schön das ist cool der war ja komplett vermüllt muss ich mal schauen ob ich noch fotos dazu finde die hänge ich dazu komm mal weg wenn ich dich blende es ja das könnte man beim anderen auch machen hier sind auch so versinnter und du hast vollkommen recht dann ist der hinten nicht mehr so schön hier kommt das wasser raus oder kam das wasser raus ist ziemlich trocken und hier ist ein schau mal das ist grün ist das glas was wird das das könnte eine alte batterie gewesen sein das könnte grün hier ja könnte glas sein wenn ihr leben das ist auch glas so und da sind diese füße auch da hat der grün gespät das ist auch die schöne füße wow das ist das nass hier ist es gar nicht ganz nein aber es ist komplett trocken nein ein bisschen nass ist es auch nass da sieht auch aus als wäre das noch ganz ganz frisch sille da請t es rein so schaut das aus wenn etwas hergerichtet wird okay sagt tschüss 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 tschüss